Last time on Telehorst. Vielleicht nehme ich hier als nächstes Musical-Verfilmungen. Oh Gott, bitte nicht. Oh nein, bitte nicht, nein. Shortly thereafter. Was jetzt? Dadurch, dass ihr mich so geärgert habt, nehme ich jetzt unsere Lieblings-Musical-Verfilmungen. Nein. Ich hasse dich. Ich hasse dich. Ich bin ja dafür, dass ein Bayer pro Cast reicht. Nur die auch magst du jetzt. Musical-Verfilmungen. Nicht wirklich, oder? Doch. Konntest du das noch ein bisschen einschränken? Nein. Ganz wirklich. Also ernsthaft, Musical-Verfilmungen? Ja. Okay, wirklich Musical-Verfilmungen. Wie wäre es mit Musical-Verfilmungen, wo Haustiere die Hauptrolle spielen? Nein. Da wüsste ich eine. Nein, nein. Das Problem ist ja einfach, dass man, man muss ja drei Filme gucken. Das ist die Kacke dabei. Wenn es nur ein Musical wäre, würde ich sagen, okay, dann habe ich halt meinen Jahresbedarf an Musicals gedeckt. Aber drei, das ist das Problem. Gott. Mit so einem komischen, skandinavischen, durchgestrichenen Ohr. Okay, ich moderiere mal wieder, oder? Ja, bitte. Ja, das ist dann hier wohl die Anmoderation. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, lieber Telehorst. Du wirst drei. Uh. Und die Gratulanten sind wieder wir, Andis, du und Max. Hallo. Hallo. Und weil wir so, wie sagt man, so nett sind und Geburtstage auch gern mal musikalisch feiern, haben wir Musicals mitgebracht. Ja. Und weil Andi eine scheiß Themenauswahl hatte. Genau. Weil Andi sich in seiner Männlichkeit das letzte Mal verletzt gefühlt hat. Genau. Und deswegen habe ich mit Musicals zurückgeschlagen, um meine Männlichkeit zu unterstreichen. Okay. Ich bin nur gefühlt, dass wir das für die Ausgabe nennen, Prallehose Musicals. Hey, ich will nicht jetzt hier schon mit Lachen beginnen. Vor allem, wir haben echt drei super traurige Musicals ausgesucht. Was? Finde ich schon. Ja, finde ich auch. Also okay, Rocky Horror Picture Show ist vielleicht eher so. Was für, keine Ahnung. Wollen wir erst mal auf den Kommentar eingehen. Wir haben nämlich einen Kommentar bekommen, das letzte Mal. Auf YouTube schrieb uns der User, Andi, helfen wir mal. Ja, unser Lieblingszuhörer, Detz77, hat geschrieben, weil wir ja am Ende der letzten Folge dann doch ein bisschen verzweifelt klangen, also ihr zumindest, er schreibt. Vielleicht, wenn ihr folgende Musical-Verfilmungen besprechen könntet, wäre es eventuell nicht ganz so schlimm. Erstens All the Jazz, zweitens Heißer Sommer, drittens The Rocky Horror Picture Show, viertens Fame, der Weg zum Ruhm. Oder fünftens Moulin Rouge. Ja, und zwei von drei haben wir. Yay. Okay. Ja, das war's mit der dritten Folge vom Telehorst. Gut. Will jeder mal sagen, was er in seinem Päckchen hat? Ich gehe es einfach so auf Kommentare ein. Ja, haben wir. Punkt. Nächstes Thema. Ja, da ich ja ein Sweet True Vestai bin, Stu Vestai, habe ich mich für die Rocky Horror Picture Show entschieden. Sehr, sehr schön. Ja, und ich als großer ABBA-Fan habe mich natürlich für Mamma Mia entschieden. Und ich als großer... Moment mal, was? Ich dachte schon, das merkt keiner. Naja, okay. Nee, wie schon im letzten Cast kurz angesprochen, habe ich natürlich Sleepy Hollow genommen. Und das kauft dir doch jetzt keiner mehr ab. Das macht er doch umsonst. Absichtlich. Nein, nein, nein. Sweeney Todd natürlich. Ja, und ich habe Moulin Rouge genommen und ich glaube, ich würde Moulin Rouge gern als zweites vorstellen. Okay, warum? Weil ich mir nämlich dachte, wir hatten das letzte Mal schon Tim Burton, also machen wir den Tim Burton jetzt gleich zu Beginn. Okay. So als nahtloser Übergang. Okay, ja, verstehe. Dann mache ich Moulin Rouge und dann arbeiten wir uns praktisch mehr oder weniger chronologisch nach hinten zur Rocky Horror Picture Show, die wahrscheinlich auch die Musical-Verfilmung mit dem größten Kultfaktor ist. Und wahrscheinlich auch den meisten Leuten geläufig sein sollte. Ja, okay. Guter Plan. Macht Sinn. Guter Plan. Ja. Also bin ich an der Reihe. Ja, wenn du willst. Nochmal zur Information. Du besprichst jetzt den Film Sweeney Todd. Ja. Ja, ja. Der teuflische Barbier aus der Fleet Street beruht auf einem, auf dem gleichnamigen Musical von Stephen Sondheim aus dem Jahr 1979. Und der Film, ihr müsst mich glaube ich ein bisschen unterstützen, ich bin nicht vorbereitet. Ich dachte, ich komme wieder als letztes dran. Immer, deswegen suchst du dir ja immer diese Filme aus, weil du denkst, die mit dem größten Production Value kommen immer am Schluss, nee. Warte kurz. Der kam, 2007 kam der raus, der Film, das Musical 1979, haben wir glaube ich schon gesagt. Dauert 116 Minuten, ist ab 16 und es spielen wieder mit Johnny Depp. Genau, der spielt als einziger mit, ähm, von, äh, vom letzten Mal. Der spielt alle Rollen, oder? Nee. Nein, aber es spielen natürlich noch andere mit, hier wie, äh, Helena Bonham Carter, Alan Rickman, Sascha Baron Cohen und noch die unbekannten Newcomer, ähm. Deswegen sind sie unbekannt, genau. Wenn sie ja eben, sie sind unbekannt. Genau, und diese unbekannten Namen. Genau, und es geht, äh, um den Barbier Benjamin Barker, der mit seiner Frau und seiner Tochter in London, der, puh, äh, wann spielt denn das Ganze? Äh, also ich könnte jetzt sagen, wann Bula Ruh spielt. Ah, schlecht vorbereitet. Weiß nicht, 1832. Okay, genau. Und der, der, der bösartige Richter Turpin, gespielt von Alan Rickman, ist irgendwie ebenfalls in die Frau von Benjamin Barker verliebt und intrigiert da so ein bisschen, dass Benjamin Barker ins Exil geschickt wird, auf einem Schiff. Und währenddessen macht er sich an die Frau von Benjamin Barker ran und das geht alles so ein bisschen schief. Irgendwann kommt Benjamin Barker zurück, voller Rache-Gedanken und, ähm, macht in seinem alten Friseursalon, einen neuen Friseursalon auf. Teufel, ja, die Metzgerei macht er auf. Und versucht mit Hilfe der, ähm, von Helena Bonham Carter gespielten, ähm, wie sagt man, Pastetenmacherin. Die, die Pastetöse. Pastetöse. Miss Lovett. Miss Lovett, genau, versucht er sich, ähm, ja, an dem Richter zu rächen, indem er nach und nach, äh, sich hocharbeitet zu dem Richter und, ja, alles geht erstmal nicht so ganz gut. Dann entschließt er sich, Leute in seinem Friseursalon zu töten und, hm. Hm, ja, das macht er dann bis zum Ende weiter. Habe ich irgendwas vergessen? Ja, seine Tochter ist mittlerweile eingesperrt in, ähm, in den Katakomben von Richter Turpin. Die wollen sie noch retten, ähm, mit Hilfe seines neuen, äh, kleinen Kompagnon und Mrs. Lovett nutzt die Leichen aus, ähm, dem Friseursalon von Sweeney Todd mittlerweile, nennt er sich, ähm, um die Pasteten auf Vordermann zu bringen. Ja, ja, ach Gott, das mit dieser Zusammenfassung. Nächstes Mal lese ich ab, Leute. Weißt du, nee, eigentlich im Grunde genommen, wir, wir nehmen ja nicht ohne Grund irgendwelche Filme, die wahrscheinlich jeder schon kennt oder, oder bei denen die Handlung völlig egal ist, deswegen. Danke. Danke. Deswegen habe ich mich jetzt einfach auflaufen lassen. Ich habe es versucht, ich habe es wirklich versucht. Es tut mir leid. Alles gut, gibt eine vier Minus. Er war bemüht, aber. Genau. Und so geht's los. Ja. Wenn ich jetzt das Du wäre und würde eine vernünftige Moderation machen, würde ich dich jetzt fragen, warum hast du den Film ausgesucht? Ja, wir sind ja letztens zufällig auf dieses Thema gestolpert, da ich zufällig immer Sweeney Todd und Sleepy Hollow verwechsel. Und deswegen, ähm, ja, hatte ich den halt eh schon im Hinterkopf. Und es ist halt zufälligerweise auch noch einer meiner Lieblingsfilme. Deswegen hat es sich angeboten. Habe ich schon lange nicht gesehen. Und hat es sich angeboten, dass ich ihn mal wieder sehen konnte. Und ich habe mich wieder sehr gefreut. Soll ich noch genauer darauf eingehen? Ja. Äh. Musste nicht unbedingt. Ich glaube, wir können jetzt auch zum nächsten Film kommen. Wie haben wir? Ich lasse euch jetzt erst die Folgen gemacht. Ja, gute Frage. Das war irgendwie alles so smooth. Ja, ja. Heute ist es ein bisschen, ein bisschen halblich. Vielleicht müssen wir ein bisschen mehr Musik reinbringen. Ich bin der böse Barbier. Wo ist mein Bier? Ich schneide heute noch ein paar Kehlen durch. Ho, ho, ho. Es ist ja zumindest für mich nicht das erste, aber das bekannteste Musical, das so eine hohe FSK-Freigabe hat. Und als ich ihn jetzt nochmal mir angeguckt habe, am Wochenende, dachte ich mir auch, holler die Waldfee, da werden ja mehr Kehlen durchschnitten als in so ziemlich jedem Freitag der 30. Film. Ja, großartig. Da ist ein Typ vor mir beim dritten Song oder so, wo halt wirklich eigentlich nicht. Was ist jetzt los? Keine Ahnung, das ist irgendwie nach wehen. Beim dritten Song, wo halt wirklich jeder Satz einfach gesungen wird, hat sich so ein Typ irgendwie zu seinem Nachbarn rüber gedreht und dann gesagt so, ey, sag mal, singen die jetzt eigentlich die ganze Zeit oder was? Das fand ich ziemlich lustig. Naja. Ja, es ist auch lustig irgendwo. Falsche Erwartungen an den Film gehabt, der arme Mensch. Also ich habe den damals ziemlich lang genau deswegen vermieden, weil ich war eigentlich schon ein Tim Burton-Look und alles, da bin ich dabei. Da mache ich mit, da bin ich in vorderster Reihe eigentlich. Aber genau dieses Gesinge hat mich irgendwie abgeschreckt, weil ich mir gedacht habe, Mensch, ich freue mich da dann so auf Blut und Gemetzel und dann wird das dann unterbrochen von Singstellen. Und deswegen habe ich Sweeney Todd sehr lange gemieden. Und als ich mir dann angesehen habe, Jährchen später, habe ich mir gedacht, da habe ich dem wohl Unrecht getan. Aber ich finde, ehrlich gesagt, auch wenn er die höchste Songdichte hat, sind die Songs noch mit am besten eingestreut irgendwie. Hammer, Hammer. Also es ist am smoothesten. Ich muss aber jetzt sagen, also ich nehme mal Moulin Rouge aus der Leichung raus, weil Moulin Rouge benutzt ja bekannte Rock- und Pop-Songs. Aber jetzt im dreckigen Vergleich zwischen der Rocky Horror Picture Show und jetzt mit dem Todd, also ich kann nicht sagen, dass ich nach dem Ende des Films noch irgendeinen Song im Ohr hatte. Nichts, gar nichts. Das Einzige, was mir noch etwas länger im Ohr geblieben ist, weil ich es irgendwie, das war so dieser Stelzbock-Song, war halt so, I feel you, Johanna. Aber jetzt von der Eingängigkeit und fand ich, war Sweeney Todd, oder ist Sweeney Todd der Film, den wir hier heute haben, der am wenigsten liefert. Was aber schwer ist und auch unfair, denn Rocky Horror ist halt einfach das Musical schlechthin. Ja, und wie gesagt, Moulin Rouge benutzt halt einfach bekannte Rock- und Pop-Songs. Ja, und bei Rocky Horror Picture Show musst du ja auch sagen, dass da viele Songs auch schon so ein bisschen in die Popkultur rübergeschwappt sind. Also das ist ja auch nochmal ein Unterschied. Und ich meine, Sweeney Todd ist ja auch klassisch und, aber ich meine, okay, ich habe den Film jetzt schon zu oft gesehen vielleicht. Also ich meine, ich habe den Film angemacht und kannte jeden Song. Also hier, dieser Song My Friends, glaube ich, das ist ja absoluter Lieblings, also nicht mein Lieblingssong, aber das ist ja großartig. Ich finde das so schön. Also ich meine, wie gesagt, das ist eine komplett andere Richtung halt irgendwie. Aber ich finde diese Arrangements so krass genial. Also wie die von den Zweistimmigkeiten alleine schon, wie sie da teilweise so aneinander vorbeisingen. Und die Dialoge halt, also diese Songs sind ja nicht irgendwie kryptisch, also sie sind ein bisschen kryptisch, aber die erzählen ja immer die Story voran. Also die treiben ja die Story voran, jeder erzählt was Wichtiges für die Handlung und so. Und dann erzählen sie gleichzeitig verschiedene Sachen und dann überschneidet sich das dann in diesen Zweistimmigkeiten. Oh mein Gott, das finde ich ja wunderschön. Und auch dann halt, wie dann teilweise die gleichen Themen dann in späteren Songs zusammengemischt werden und so. Also ich liebe das ja. Ich glaube aber, das meine ich mit, dass die Songs am besten in einen Film oder in so eine Filmstruktur verwoben sind. Ja, ja, schon. Also weil sie eben Biologie funktionieren. Der war, der jetzt allein handlungstechnisch, der war, den ich am besten fand, also am interessantesten. Ist er. Ich fand das auch wieder, ja, bittest du? Weil einfach diese, wie kommt jetzt dieser Richter Türpen, ja, was passiert genau, wie endet das Ganze? Das sind halt so, ja, essentielle filmische Fragen, die der Film am besten abhandelt. Mona Rush kommt gleich und jeder, der Rocky Horror auch nur teilweise kennt, weiß, dass Rocky Horror sich eigentlich einen Scheiß auf Handlung interessiert, ne? Ja, und wir haben ja letztes Mal schon über Johnny Depp gesprochen. Ich wollte jetzt nochmal kurz auf die Besetzung eingehen, weil ich habe den Film echt lang nicht gesehen und ich habe mich weggeschmissen vor Freude. Auch bei diesem Duett von Johnny Depp und Alan Rickman zum Beispiel. Alter Schwede. So großartig. Ich finde es auch so schön. Überhaupt, Alan Rickman ist doch super schön, den da zu sehen in dieser Rolle. Das ist so schön, wie er sich mit seinem kleinen Kompagnon, diesem, wie heißt der nochmal, Beatle Bamford oder so? Bütel. Genau, wie die sich an Ekligkeit überbieten. Das ist so großartig irgendwie. Und ja, ich weiß auch nicht, also man hat ja diese Jungschauspieler, was ich vorher schon erwähnt habe, die haben sie ja denke ich mal ausgesucht, weil das halt ausgebildete Sänger sind. Oder waren. Wir haben ja dann auch eine Schauspielkarriere noch hinterher gehabt. Keine großartige, denke ich mal, weil ich habe die nie wieder gesehen, die zwei. Also Joanna und Anthony. Der Kleine, genau. Aber man merkt schon ein bisschen, dass die halt gesangsmäßig, ich meine auch dieser kleine Junge, dieser Tobi, der singt ja auch die Helena Bonham Carter in diesem Duett ziemlich an die Wand, so technisch gesehen, finde ich. Und das finde ich eigentlich eine ganz schöne Mischung aus diesen Schauspielern. Also ich meine, Johnny Depp ist jetzt wahrscheinlich kein ausgebildeter Sänger, könnte ich mir vorstellen, aber ich finde, der macht das trotzdem so gut. Ja, aber der hat doch eine Band, oder? Ja, aber eine Rockband. Ja, komm, aber selbst da, ja, egal. Ist gut, ist echt gut. Also ich muss auch sagen, ich hatte es, weil ich das zweite Mal das richtig gesehen habe und es hat mich nicht zum Musical-Fan gemacht. Das ist kein Film, den ich jetzt zwingend in ein, zwei Jahren nochmal gucken muss. Aber wenn es dazu kommen sollte, ja, gerne. Aber ich bin trotzdem kein Fan, weil es ein Musical ist. Ja, tut mir leid, ich mag keine Musicals. Leider finde ich es schade, dass es ein Musical ist. Ja, genau. Ich auch. Weil ich die einfach, ich sage es nicht, die Optik, die Optik des Films entspricht genau meinem Gusto. Also auch was, was jetzt so Illustration, also wenn es in die Illustratorenrichtung geht, kennt ihr Gris Grimley? Nope. Ist ein Illustrator, der mehr oder weniger solche Figuren wie Sweeney Todd in einer ganz creepy Art irgendwie zeichnet. Und ich glaube, dass der sogar ein paar Zeichnungen gemacht hat, die Sweeney Todd dann darstellen. Und das ist halt absolut meins. Also ich würde Sweeney Todd so gern einfach als normalen Film sehen. Oh, wow. Geht mir auch so. Also ich glaube, wenn es weniger Gesinge gäbe oder gar keine Gesinge, wäre das durchaus bei mir ein 4 bis 4,5 Punkte Film. Was ich noch zu dem Look sagen muss. Was ich ganz cool fand bei dieser ganzen Düsternis. Und weil der Film ist ja dann auch, auch was wir letztens angesprochen haben, dass Johnny Depp doch immer diesen skurrilen, schluderigen Witzball spielt. Und das macht er hier ja gar nicht irgendwie. Das fand ich eben auch mal ganz cool, dass er halt so ein bisschen sich da zurücknimmt, was so diese Alberne angeht. Aber dann sehen sie so aus, wie sie aussehen. Und in diesem grobkörnigen, schwarz, fast schon schwarz-weißen London und so fällt es erstmal gar nicht auf. Aber dann kommt diese großartige Traumsequenz oder wo sie zuerst da bei diesem Picknick sitzen und dann Helena Bonham Carter irgendwie von ihren Zukunftsplänen erzählt. Und auf einmal sitzen sie in dieser komplett bunten Kulisse rum und dann fällt dir erstmal auf, hey Alter, die laufen schon die ganze Zeit rum, als wären sie irgendwie für Halloween verkleidet und geschminkt. Mit diesen übertriebenen schwarzen Augenrändern und so. Da ist mir dann aufgefallen, wie stimmig der Look vorher war. Der Look. Weil das dir da erst auffällt, wie skurril die dann eigentlich doch aussehen, aber trotzdem in dieses Setting so gut reinpassen. Das fand ich super. Also ums Schauspiel, also da muss ich auch sagen, dass das eigentlich mit die Johnny Depp-Rolle ist, bei der er mir am besten gefällt. Also da finde ich ihn eigentlich sehr überzeugend, wie er ihn spielt. Da muss ich sagen, da finde ich seine Leistung in Sleepy Hollow oder Gilbert Graben einiges besser. Ja gut, Gilbert Graben ist, ja klar. Aber Sleepy Hollow fand ich, ehrlich gesagt, als ich den das letzte Mal gesehen habe, haben wir schon gedacht, Herr Depp. Ich glaube, das liegt einfach daran, weil er halt nach Sleepy Hollow einfach immer mehr so Figuren gespielt hat. Ich meine, auch Tim Burton und Johnny Depp, Slim, und da habe ich vergessen, Sweeney Todd, das war noch so die Phase, wo es noch so als nicht frisch galt, aber das hat man noch gerne geguckt. Und dann kam halt hier irgendwann diese Dark Shadows und ab da war es ja echt so, ey, sorry, keine Lust mehr. Also dieses Trio Johnny Depp, Hannah Bonham Carter, Tim Burton, das wurde ja auch schon eine Art Gag mittlerweile fast schon. Ich weiß nicht, es gibt diese eine britische Comedy-Serie von Ricky Gervais, Life's Too Short, wo Johnny Depp im Büro von Ricky Gervais sitzt und ihm sagt, ich habe übrigens ein ganz heißes, tolles, neues Projekt und Ricky Gervais sagt so, ach war es ein Film von Tim Burton, Hannah Bonham Carter und Johnny Depp so, ja genau, da weißt du das. Und Ricky Gervais so, just a grab in the dark. Was ich auch noch ansprechen wollte, wenn ich jetzt hier schon der Einzige bin, der aus dem Schwärmen nicht da rauskommt. Aber da kam ich auch noch drauf, weil apropos Look und apropos dann dieser Bruch mit den Farben und so, was ich auch ganz großartig fand, was ich eigentlich schon was wieder vergessen hatte irgendwie. Erstens auch wegen den Farben, was da auch wieder kommt in dieser einen Szene, die ich gleich ansprechen will, die Farben, der Look und auch der Humor, der trotz dieser ganzen Düsterness und diesem ganzen Massaker irgendwie finde ich auch saugut ist in dem Film. Also anfangs diese Szene mit Sacha Bauer und Corrin, okay die ist ziemlich drüber, aber ich fand es großartig, irgendwie fand ich den da auch super und er mit seinem blauen Gewand, das war so ein Eipopper, aber auch sonst, da waren so viele lustige Szenen drin, wo Alan Rickman dieses kleine Kind zum Tode verurteilt oder so, also irgendwie fand ich den Film. Das ist eben das Lustigste, der am Albreben war, als ein kleines Kind zu Tode verurteilt wurde. Ich fand die Szene sehr lustig, wo dieser Tobi sein, also dieser Hilfsjunge von diesem Pirelli, ja, wo er nach seinem Meister sucht, der ist halt mittlerweile schon tot oder fast tot in der Kiste und Sweeney Todd versucht ihn loszuwerden und er schafft es einfach nicht und aber also dann sagst du, wenn du nach unten gehst, bekommst du ein Glas Gin, oh ja. Ja, so hat mich damals auch die Leute wegbekommen als Achtjähriger, mit einem schönen Gästchen Gin und dann sitzt er da bei dieser Mrs. Norbert und sie geht dann weg und dann sagt er noch zu ihr, lassen die die Flasche bitte hier. Ja. Auch noch sehr schön fand, was ich halt cool finde, weil ich habe das Musical leider nicht gesehen, ich habe mir eine Karte gekauft, vor zwei Wochen war das im Deutschen Theater, ratet mal, warum ich nicht da war, danke Corona. Auf jeden Fall weiß ich jetzt nicht, was da alles neu dazu gedichtet wurde und so, aber ich fand zum Beispiel auch diesen Gag ziemlich geil, wo er dann völlig am durchdrehen ist und dann dieses komische Lied singt, wo er durch die Straßen geht und all deserve to die singt und dann völlig episch sich hinkniet und diese epische Geste macht und dann cut, sitzt er immer noch oben auf dem Speicher. Ja, das finde ich auch eine ziemlich witzige Szene, weil sie da mit diesem, ich glaube zumindest, das war in dem Theaterstück dann vielleicht nicht so, aber sie dann mit diesem Musical-Gehabe so ein bisschen spielen, das fand ich auch großartig. Ja, na gut, ich höre ja schon auf zu schwärmen. Nee, alles gut, nur, ja, ich weiß nicht, was ich da noch beitragen kann. Ich habe keine lustigste Szene, denn ich fand auch die mit dem, mit der Verurteilung des Kindes eigentlich am witzigsten. Ja, die brauchen am besten, ja, da muss ich drüber reden. Willst du vielleicht zum Fazit kommen? Ich? Ja, dann frage ich zuerst euch, ihr dürft vergeben, 1 bis 5 zum Tode verurteilte Kinder. 0 bis 5 machen wir es klassisch, Rasiermesser. Stu, du darfst anfangen. Bitte in gesungener Form vortragen. Ich gebe 3 von 5. Danke. Du darfst es auch noch ein bisschen ausführen, deine Bewertung. Also optisch ist das ein Traum der Film, keine Frage. Aber wie ich schon sagte, mit weniger oder ohne Gesinge wäre das ein richtig toller Film für mich gewesen. Mich hat dieses Gesinge oftmals gestört und vor allem nach Ende des Films hatte ich nicht das Gefühl, dass mir auch nur wirklich ein Song weiter im Gehörgang kleben geblieben ist. Deswegen halt 3 von 5. Wirklich ein guter Film. Ich kann verstehen, warum du ihn so magst. Aber wie gesagt, ich und Musicals, das wird halt leider nichts. Du hast dir einfach das falsche Thema ausgesucht. Versage. Alles gut, alles gut. Max? Ich bin ein bisschen gnädiger, was das Singen angeht, weil ich glaube, ich habe es auch schon erwähnt. Ich fand es ja ganz gut eingewoben. Aber kriegt 3,5 Rasierklingen? Ja, mehr wird es nicht, glaube ich. Look? Top. Schauspiel? Top. Handlung? Vielleicht ein bisschen mau. Aber das wird ja dann irgendwie ausgeglichen, weil die Leute die Hälfte des Films ja dann nur singen. Und da liegt es ja dann mehr an der Musik. Ich stelle mir gerade vor, wie der Steven Sondheim das gepitcht hat. Diese Idee. Ja? Pass auf, da ist ein Friseur. Genau, ein Friseur. Und der will Rache. Und deswegen bringt der Hype on London um. Und dabei singt er. Alles klar, Steven? Ja, du hast Geld. Wie viel? Weiß man? Oh, Entschuldigung. Ich rappe das jetzt hier. Ne, weiß jemand, wie hohes Budget war? Uff. In die Kommentare erfüllt. So. Ja, ne. Das Budget kostet ungefähr 50 Millionen. Ach, das geht? Und der hat weltweit 152 eingespielt. So. Oh, es geht auch. Für einen R-Rate-Film ist das durchaus gut. Vor allem, weil das ja schon ein Musical ist, was außer der Reihe tanzt, ne? Wow. Ein Blutmusical. Ein Blusical. Ach du, deine Irrenerfindung. Ja, Gott. Ja, jetzt kommt der Veranstalter mit seiner Wertung. Ich fand's eh ganz witzig, weil wo der Film dann in die Kinos kam, hat, also ich kannte das Originalmusical leider nicht davor. Also ich bin da relativ unbefangen reingegangen. Und diese ganze Geschichte mit, wir verarbeiten jetzt halt Leute, und packen sie in unser Essen. Das ist ja so, das kannte man dann ja schon. Also ich meine bei Delikatessen oder bei, hier heißt der andere, der Knochenmann oder so. Oktoberfest. Oktoberfest, genau. Die zwei bekannten Filme, Delikatessen und der Knochenmann. Ja, wo halt dieses Thema auch eine Rolle spielt, aber vielleicht gab's da nicht. Wir nennen es Kannibalismus. Ja, aber eleganter Kannibalismus. Eleganter Kannibalismus. Kulinarisch hochwertiger Kannibalismus. Ja, ihr habt's vielleicht schon rausgehört. Ich finde den Film großartig, nicht nur wegen dem Look, wegen den Schauspielern und dieser tollen Gewaltpoesie. Das finde ich wirklich einfach großartig. Also diese Blutfontänen irgendwie, das ist ja, das ist halt noch ein bisschen poetischer eingesetzt als bei Tarantino. Aber außerdem, obwohl ich keinen Musical-Fan finde, finde ich's von vorne bis hinten großartig. Also wo am Anfang diese Orgel einsetzt, da sitze ich schon mit Gänsehaut vor der Leinwand. Das ist echt, ich war wirklich wieder völlig begeistert vom Cast, von allem. Deswegen gebe ich ihm fünf von fünf Rasiermessern. Das sind insgesamt elf einhalb. Ja gut, dann kommen wir doch zu Max und Moulin Rouge. Übersetzt, die rote Mühle. Wie, es heißt nicht Montagsfrühstück, wie der es du mich informiert hast. Kleiner Funfact, dass du hat Andi dazu getrieben, Moulin Rouge am Montag zum Frühstück zu gucken. Ja, das wird sich wahrscheinlich auch auf meine... Durch einen Trick, der dann später erläutert wird. Aber kurz zur Handlung. Ja, mach du. Moulin Rouge ist eine Geschichte über die Liebe. Es geht um den Schriftsteller Ewan McGregor, der in diesem Film nicht Ewan McGregor heißt, sondern... Christian oder Christian. Christian, ja. Der ein sehr tristes und ja, wie nennt man so ein Dasein? Er ist sehr arm, schreibt an seinen Stücken und kommt dann irgendwie durch Zufall mit einer Varieté-Gruppe in Kontakt, für die er dann ein Stück schreiben darf, welches dann im Moulin Rouge aufgeführt wird. Und ja, dort trifft er dann auch auf die Sägerin und Star im Moulin Rouge, gespielt von Nicole Kidman. Ihr Name ist Sabine... Nein, wie heißt sie eigentlich? Satan, glaube ich, oder... Satan? Sabine. Aber Sabine, ich bin ja für, wie sie einfach sagt. Christian und Sabine, das klingt super. Das klingt nach Moulin Rouge, das finde ich gut. Ja, die gute Frau will Schauspielerin werden und versucht deswegen über ihre Tätigkeit als Varieté-Tänzerin auch sich an einen Duke, der als finanziell und Geldgeber fungieren soll, wie sagt man Weinstein-mäßig, jetzt fällt es mir gerade erst auf, das spielt Nicole Kidman. Praktisch der Duke, wenn man den als Harvey Weinstein irgendwie sieht und sie versucht, über ihn dann die Karriereleiter hochzuklettern, ist das jetzt zu viel? Egal. Ja, nichtsdestotrotz, also der Ewan McGregor will dann ein Stück über die Liebe schreiben, welches von dem Duke finanziert werden soll, was dann auch das Moulin Rouge retten soll, bla bla bla. Ja, währenddessen verliebt er sich in Nicole Kidman. Nicole Kidman verliebt sich irgendwie auch in ihn, aber der Duke bekommt vorher, um das Moulin Rouge zu retten, die Zusage vom Moulin Rouge-Besitzer, seinen Namen habe ich auch vergessen, die Zusage, dass Nicole Kidman ihm gehört, wenn, ja, und so weiter und so fort, das ist eine verbotene Liebe. Nicole Kidman bekommt dann Tuberkulose und stirbt und Ende. Ja, ich gebe zwei von fünf. Weil du recht hast. Nein, ich habe den Film damals, 2003 geguckt, als er auf DVD rausgekommen ist und habe ihn nicht wirklich im Oberschüppchen gespeichert. Meine Erinnerung war, er ist laut, er ist bunt, er ist sehr kitschig und er benutzt halt bekannte Rock- und Pop-Songs. Und ich war tatsächlich neugierig jetzt auf die Zweitsichtung und nach der Zweitsichtung dachte ich mir, ich hasse Andi dafür, dass er uns dieses Thema aufgehalzt hat. Ja, ich habe mir ein ziemliches Eigentor geschossen, habe ich dann auch gemerkt, wo ich den Film reingetan habe. Ich kannte den Film noch nicht, das war meine Erstsichtung und ich habe die jetzt ja alle so back to back geschaut und ich fand es dann ganz witzig, wo der Film losgeht und man dann diese Kamerafahrt hat durch das Paris 1900, das ist ja wahrscheinlich kurz danach, aber ähnliche Zeit wie jetzt bei Sweeney Todd. Und diese Anfangskamerafahrt, wo alles noch so trist und düster, schwarz-weiß ist, hat mich dann direkt mal an Sweeney Todd erinnert und ich dachte mir schon, aha, aha, interessant und dann geht's los. Wobei, was großartig an dem Film ist, er hat die beste 20th Century Fox Logo-Enthüllung aller Zeiten. Die ist sensationell. Die habe ich mir bestimmt sechs, sieben Mal angeguckt, weil ich die so toll fand. Ja, und dann... Der Rest des Films, näh. Könnte man sogar das Beste des Films, so sieht man in der ersten Minute. Ja. Das kann man sich dann sechs Mal hintereinander angucken, dann hat man nur sechs Minuten seines Lebens verschwindet. Also ich muss sagen, ich bin super enttäuscht gewesen jetzt von meiner Zweitsichtung, denn ich habe den echt in Erinnerung gehabt als ein Musicalfilm, der sich ertragen lässt und ich habe ihn, glaube ich, auch 2002 oder 2003 gesehen und habe mir damals gedacht, oh, so schlecht ist ja dieses Musicalgenre nicht. Frag mich, wieso ich mir das so eingebrannt habe und dann habe ich mir den angeguckt gestern und ja, es ist schon echt anstrengend. Ja, total, total. Also es gab Momente in dem Film, wo ich echt dachte, ich habe wirklich keinen Bock mehr, weil ich mir auch dachte, das könnte die guten Songs nicht antun. Also ich bin jetzt kein riesiger Nirvana-Fan, aber es gibt viele Stimmen, die ich wirklich sehr schätze, aber ganz ehrlich, Kurt Cobain ist doch schon tot. Was soll man dem, was soll man dem Mann noch antun? Das war auch der erste Moment. Das war der erste Moment, wo ich auch ausmachen wollte. Also ich meine, Intro, okay, und dann kommt diese erste Szene in der Wohnung, wo dann diese komische Theatergruppe durchs Dach fällt. Und das ist ja schon drüber und alle schreien und alle hüpfen und singen teilweise auch. Und dann kommt die Absinthe-Fee, gespielt von Kylie Minogue. Da dachte ich schon zuerst, okay, was geht hier ab, aber ich bleibe mal dran. Ist vielleicht so ein witziges Intro. Dann kommt diese Szene im Moulin Rouge, wo Nicole Kidman auftritt und da dachte ich mir, was ist mit der los? Also, die jaucht die ganze Zeit so komisch und stöhnt und japst und so. Das fand ich auch ganz komisch und das war... Ja, die hat Tuberkulose. Okay, ich meine jetzt eher so beim Singen. Und dann kommt diese moderne Interpretation, ein Mashup zwischen Voulez-vous coucher avec moi und Smells like the Spirits. Und da dachte ich mir echt, Max, was hast du getan? Mein Gott, ich war damals, keine Ahnung, wie alt war ich da, 21, 22 vielleicht? Die World Trade Center Towers sind kurz vorher eingestürzt. Da hat man sich mit sowas dann einfach mal zufrieden gegeben. Danke, Al-Qaida. Und dann dachte ich, ja, okay, schlimmer kann es nicht werden. Und dann geht es in diesen Elefantenturm hoch. Und da war ich wirklich völlig... Also, da habe ich dann auch das erste Mal ausgemacht, wo dann Nicole Kidman sich auf dem Boden räkelt und stöhnt und noch notgeiler ist als in Batman Forever, wie schon gesagt. Und ich dachte mir, das ist nicht euer Ernst. Und diese Szene dauert gleich eine halbe Stunde, wie sie da oben in diesem komischen Turm sind und dann irgendwie Verstecken spielen und immer so kleine anzügliche Witzchen machen. Und dann versuchen sie diesem Duke, dieses Theaterstück irgendwie zu verkaufen und hüpfen alle und diese Schnitte und Zooms und so. Und ich dachte mir so, das hört nicht auf. Ich dachte mir so, man hört das endlich auf. Aber die haben ja echt... Ich hatte irgendwann das Gefühl, die Handlung kommt nicht voran. Und statt Handlung haben sie halt weitestgehend einfach gemacht so, erkennt ihr den Song, den wir jetzt singen? Weil es gibt ja ganz viele so Mashups, dieses Abba und Nirvana. Irgendwie finde ich es ja fast schon ein bisschen geil, zu sagen, okay, wir machen jetzt ein Mashup aus Abba und Nirvana. Das ist ungefähr so, als würdest du sagen, so, ich mache euch jetzt ein saure Gurken Tellerbrot. Aber es ist, sind wir wieder bei meinem Lieblingsthema, Zeitgeist. Der Film sagt mehr über den damaligen Zeitgeist aus, als über das, über die Jahrhundertwende. Wie kommst du eigentlich auf Abba? Und über das Moulin Rouge, weißt du nicht, Woulibu, Couché, Affekma, ist doch ganz klar von Abba. Ach ja, sorry. Wir wissen ja eh nicht, von wem das ist. Weiß ich gerade auch nicht, aber nicht von Abba. Ist von Christina Aguilera. Stimmt. Und Lil Kim. Ach, egal. Nee, aber das ist, glaube ich, wirklich auch diese ständig schiefen Kamerawinkel. Oh ja, furchtbar. Hey, ohne Witz und diese Schnitte. Also gut, es ist wirklich, die Schnitte sind mir am allerschlimmsten aufgefallen, weil da jetzt dann doch ein bisschen, wie sagt man, Expertise über die Jahre hin zugekommen ist. Aber das ist mir früher nicht aufgefallen, wie richtig, der ist richtig scheiße geschnitten. Alter, der war für Beste Kamera und Besten Filmschnitt nominiert für den Oscar. Bohemian Rhapsody hat ihn doch gewonnen, glaube ich, oder? Sogar für Besten Schnitt. Ja, ach so, ja. Was ich ja auch schade finde, ich hatte seit vielen Wochen mal wieder vor, von Baz Luhrmann, dem seinen zweiten Spielfilm, Romeo und Juliet, zu gucken. Den habe ich damals im Kino gesehen, fand den ganz, ganz großartig. Und seit ein paar Wochen dachte ich mir, ich müsste den mal wieder gucken. Jetzt nach Moulin Rouge habe ich das Gefühl, ich sollte es sein lassen. Ich werde mir von dem nichts mehr angucken. Definitiv nicht. Ganz ehrlich, der kommt bei mir auf die rote Liste, der Mann. Weil du es gerade angesprochen hast. Die rote Liste nicht, die Liste für bedrohte Arten? Okay. Weil du es gerade angesprochen hast mit diesen Kameraeinstellungen und schief und komische Zooms und so. Ich hatte teilweise auch das Gefühl, dass der Typ irgendwie so ein bisschen so diesen Flair von diesen französischen Filmen irgendwie von Jean-Pierre Jeunet so ein bisschen imitieren wollte, es aber einfach nicht geschafft hat. Weil da hast du ja auch teilweise diese komischen Winkel und Großaufnahmen von diesen skurrilen Personen und so. Und das hat mich anfangs ein bisschen daran erinnert, nur halt in schlecht. Ja, aber diese Jeunet-Filme haben halt alle noch eine Art, ich nenne es mal eine Haptik im Bild. Das wirkt halt alles irgendwie echt real. Bei Mouna Rouge, das wirkt halt noch künstlicher als jeder Louis Vuitton oder Chanel-Werbespot. Und das kann ich mir halt zehn Minuten geben, aber über zwei Stunden, ich war danach echt durch. Ich fand den qualitativ auch komplett. Also die Bildsprache, die Farben und auch dieses, gut, die Kostüme, da will ich sagen, vielleicht ist das der große Pluspunkt an dem Film. Aber ansonsten ist so alles, wie das Bild ausgestattet ist und wie es aussieht. Und ich glaube, Haptik ist ein ganz, ganz toller Begriff, was das angeht. Ist einfach schlecht. Es ist so wie so eine ganz billige Körnigkeit. Und wo einem das am allermeisten auffällt, ist, es gibt immer wieder wahllos eingestreut, sind die Bilder irgendwie in Zeitlupe oder sowas. Dann in so einer ganz schlechten Zeitlupe. Und da haben wir dann gedacht, okay, der 21-jährige Max war einfach ein Mensch, der noch sehr viel lernen musste. Zombie-Scheiße war der. Kackwurst. Ich muss aber sagen, so ab der Hälfte, glaube ich, war das oder so nach drei Viertel, ich weiß gar nicht mehr genau. Irgendwann, also nachdem ich diesen Anfang, will ich schon sagen, aber die erste Hälfte, sagen wir mal, überstanden hatte, dann geht es so ein bisschen los mit einer Handlung. Also dann, dass ich dieses Versteckspiel, so ja, wir machen unser Theater und wir müssen es geheim halten und so. Da hattest du dann längere Zeit so ein bisschen Handlung und so dann das mit der Eifersucht und so. Und dann, dann konnte man wenigstens mal so ein bisschen der Handlung folgen und so. Und das war nicht die ganze Zeit durch irgendwelche ekligen Pop-Verunstattungen. Ja, aber ganz ehrlich, alleine, dass der Film halt anfängt mit diesem Voice-Over von Hugh McGregor. Und er schon am Anfang sagt so, ja, übrigens hier, die Satine oder Sabine, die stirbt halt. Das nimmt ja auch jegliche Spannung. Und ich meine, während des Films dachte ich die ganze Zeit so, nehmen die nicht, die hat Schwinnzucht. Also, ich meine, ich muss jetzt aufpassen, was ich sage, weil einer unserer Hörer, also der einzige Hörer, den wir haben, hat ja diesen Film genannt. Dass wir den doch besprechen sollen, weil er wahrscheinlich gut ist oder er gut oder sie gut findet. Ja, ich hatte ihn aber auch gut in Erinnerung. Ich muss ja da zur Verteidigung oder beziehungsweise vielleicht zur eigenen Verteidigung auch sagen, dass ich da wirklich dachte, hey, wow, Ding. Aber jetzt ist halt bei den Filmen, die mit Musical in Verbindung gebracht werden, die ich gut fand, ist der jetzt leider echt weggebrochen. Und wie du schon sagtest, das ist wahrscheinlich echt so ein Zeitgeist-Ding. Und bei Sweeney Todd, der ist ja auch noch relativ frisch, wobei das Musical ist ja, glaube ich, schon von 79. Ich glaube, der hält das noch, der wird das überstehen. Und bei dem Film, den wir dann gleich besprechen werden, den gibt es ja das Gefühl 350.000 Jahre und hat immer noch seinen Kultstatus. Weil ich muss auch sagen, als Mona Roche in die Kinos kam, hatte ich schon ein Gefühl, dass das so ein Hype generiert hat. Und ja, Mona Roche darfst du nicht gucken und der ist ganz, ganz toll. Und heutzutage habe ich nicht das Gefühl, dass sich auch nur irgendjemand noch für Mona Roche interessiert. Ja, ich muss auch sagen, dass der Zeitgeist, also wir sind jetzt hier wirklich Millennium, das ist auch eine unglaublich hässliche Zeit, wenn man sich überhaupt, also, naja, komm bitte, schau dir mal so Musikvideos an wie, keine Ahnung, Teenage Dirtbag oder sowas, wie die Leute da angezogen rumlaufen. Das ist halt Campingplatz für, keine Ahnung, Louisville. Was ich aber ganz fruchtbar fand, wo dann eben, ich dachte, jetzt fängt sich der Film langsam, fand ich es trotzdem immer sehr störend, weil, wie gesagt, nichts gegen Neuinterpretationen, außer das Smells Like Teen Spirit im Mashup mit, das war wirklich grausam. Aber dann auch so, wo sie dann Elton John, das haben sie halt immer wieder getrellert, das fand ich nervig und so. Aber sie haben es halt einfach so schlecht gemacht, was ich die schlimmste Szene fand oder eine der schlimmsten Szenen. Ich meine, wenn man sowas halt schon machen will, dann muss man das halt gut machen. Aber ich fand zum Beispiel diese Like a Virgin Szene, die fand ich auch so prall, weil, wie sie die eingeführt haben, so, ja, die Sabine, die wollte jetzt zum Priester gehen und sie will nämlich irgendwie ihre Sünden gestehen und sie will sich dann fühlen wie eine Jungfrau. Und ich habe ihn halt leider auch noch, weil auf Amazon Prime gab es den ja leider nur in der deutschen Fassung, aber ich habe trotzdem schon, wo sie darüber geredet haben, schon geahnt, was jetzt gleich kommt. Und ich dachte mir so, hey Leute, was ist das für eine schlechte Einführung für diesen Song jetzt? Also ich meine, haha, ihr habt Bock drauf, jetzt eine Musical-Version aus Like a Virgin zu machen und so führte die jetzt ein. Herzlichen Glückwunsch, also wirklich. Das fand ich grausam irgendwie. Ja, komm, machen wir Wertung. Ja, ich habe es ja schon gesagt, ich gebe knappe zwei von fünf und habe alles schon gerade eben gesagt. Ich war sehr enttäuscht, sehr, sehr enttäuscht. Ja, ich war auch, ja, eins von fünf. Dann gebe ich zwei, weil ich eigentlich davon ausging, ich gehe mit dreieinhalb rein. Bevor ich ihn dann das zweite Mal sah. Den einen Punkt gebe ich nur, weil Ewan McGregor so gerne mag. Irgendwie, aber du hast, du hast, Dr. Sleep hast du auch. Ja, jeder macht mal Fehler, jeder macht mal Fehler. Ewan McGregor. Und was ich auch noch echt anmerken möchte, ist, dieser John Legisamo, ja, der spielt doch nur in schlechten Filmen mit, oder? Ne? Den kann man doch als, ja. Moment mal. Das ist dieser Chef, oder? Ne. Ach, ne, das ist der Lisbler. Der Lutrus Lutrec, wie er heißt. Ja. Ja, nee. Der Leo Samu, der spielt mit in Super Mario Bros. Sport. Also, ich weiß nicht, was du hast. Okay, gut. John Vick war jetzt gut. Hm, das klären wir dann im John Legisamo-Cast. Okay. Irgendwann in Zukunft reden wir dann über Filme mit John Legisamo. Dann nehme ich dann Tu Wong Fu. Der ist gut, finde ich. Echt? Ja, ich mag den. Okay, da reden wir dann später drüber. Ja, zwei von drei haben wir jetzt abgearbeitet. Kommen wir doch zum Kult-Klassiker. Ja. Telehost, Kult, Musical-Verfilmungen mit Kult, mit Du und Andi und ohne Max und Du, der nicht singen kann. Achso, ich habe mich jetzt nochmal genannt. Egal, okay. Ja, das ist gut. Zum Glück werden diese Ausgaben nie veröffentlicht. Okay. Der Wille zählst du. Was? Der Wille zählt. Der Wille zählt, genau. Ja, wer jetzt die Ausgabe gehört hat, weiß, dass ich sehr ungehalten reagiert habe, als Andi gesagt hat, Musical-Verfilmung. Und eigentlich wollte ich dem Drecksack so richtig eine reinwürgen und habe wirklich geguckt, was ist so das Schlechteste, was man kriegen kann. Problem war aber, es war halt keine Musical-Verfilmung, sondern halt einfach ein Film, wo ein paar Leute singen. Nämlich dieser komische Justin und Kelly. Und dann dachte ich mir, okay, dann nehmen wir die Rocky Horror Picture Show. Die ist bekannt, die ist beliebt. Die habe ich schon öfters mal gesehen. Und vor allem, die hat halt echt richtig, richtig großartige Songs. Worum geht es in der Rocky Horror Picture Show? Es geht um Janet und Brad, die gerade von einer Hochzeit kommen, auf der Brad seiner Janet einen Hochzeitsantrag gemacht hat. Und auf der Rückfahrt kommen sie vom Weg ab und irren nachts durch die Wallerei und kommen schließlich zu einem mysteriösen Schloss. Und dort öffnet ihnen der Butler namens Riff Raff. Ja, und dann treffen sie noch den, ich möchte sagen, Schlossherren, ein gewisser Frank Entförter, der übrigens ein süßer Transvestit ist von Transsexuell Transylvanien. Und der entwirft in diesem Schloss einen Alpha-Menschen. Rocky heißt der, ein blonderer Sexgott, bestehend aus Muskelmasse, so ein bisschen so wie unser Andi. Mhm. Ja, und damit ist die Story auch schon abgeschlossen. Ich meine, ganz ehrlich, dieser Film hat zwar ein, ich will, ist es ein roter Faden oder ist es ein Fädchen? Also das ist... Keine Ahnung, was ist die Zahnseide? Zahnseide, genau, eine rote Zahnseide. Dieser Film aus dem Jahre 75 ist halt Kult. Noch heute gibt es Kinos, die den regelmäßig zeigen. Noch heute gehen Leute in diese Vorstellung und machen Happenings daraus. Das heißt, bei der Hochzeit wird Reis geworfen und, und, und. Es gibt so viele Amateur-Schauspielgruppen, die dieses Musical aufgeführt haben. Es gibt so viele professionelle Musical-Aufführungen von der Rocky Horror Picture Show. Rocky Horror steht für mich als das Kult-Musical schlechthin. Und als ich ihn mir jetzt am Wochenende nochmal angeguckt habe, ist mir wieder klar geworden, okay, Musicals sind nicht meins, aber meine Fresse, die Songs rocken einfach durchweg durch. Also für mich ist Rocky Horror Musical, nein, Rocky Horror Picture Show, das Musical mit den geilsten Songs. Und ich werde keinen einzigen jetzt hier anfangen zu singen. Punkt. Ja. Das ist ja fast schon eine Liebeserklärung. So weit würde ich jetzt nicht gehen. Aber... Ja doch, kann man schon nichts anderes sagen. Ganz ehrlich, der Auftritt, der erste Auftritt von Tim Curry als Shrek & Furter ist halt einfach geil. Also da muss man nicht drüber reden. Der Song ist geil, der Auftritt ist geil. Das Ganze ist, wenn man sich überlegt, das kam halt 75 raus. Und was die da abliefern, ich will nicht wissen, wie viele Leute damals schockiert aus dem Kinosaal gerannt sind. Ja, es ist halt Präsenz, ne? Alter, der Typ ist so krass. Ich bin immer wieder erstaunt, dass so früh, also gleich als erstes, also es ist der zweite Song, glaube ich, aber trotzdem so früh der große Mega-Hit abgefeuert wird, Time Warp. Und dann denke ich mir immer so, und was kommt jetzt noch? Und dann gleich als nächstes dieser Auftritt, das ist echt großartig. Ich wollte noch anmerken, weil du gerade gesagt hast, es gibt immer noch Kinos, wo der regelmäßig läuft. Grüße an den Max. An mich oder was? Hallo Max. Oder Max Ott. Hi, hallo. Ne, ich meine dich. An den Max natürlich auch. An alle lieben Münchner. Wisst ihr wahrscheinlich eh alle, Museum Lichtspiele zeigt den Film ja seit 77 jede Woche, Samstag Nacht. Und da habe ich den Film auch das erste Mal gesehen in der Midnight Screening. Und das Lustige war, dass wir da auf dem Hinweg auch im Bus eine ganze Reisegruppe aus England dabei war, die alle verkleidet waren und sich dann mit hinten reingesetzt haben, sich alle an der Kasse dieses Mitmach-Package geholt haben. Und ich dachte zuerst, was geht hier ab? Und ich dachte den ganzen Film, was geht hier ab? Aber das war einfach nur großartig. Und ja, gerade läuft es nicht aus bekannten Gründen. Aber wenn mal wieder Kinos aufmachen, werde ich da auf jeden Fall wieder vorbeischauen. Ich glaube, wenn mal wieder Kinos aufmachen, dann schaue ich mal alles rein aus dem Kino-Entzugsgründen. Ich muss auch sagen, ich wäre auch sofort dabei. Ich habe den Film halt nie jetzt als Live-Version gesehen oder nie im Kino, halt immer nur zu Hause auf VHS oder im Fernsehen. Übrigens eine sehr, ja, eine unschöne Anekdote. Wisst ihr, wie ich den Film zum ersten Mal gesehen habe? Nackt. Nein. Beim währenden Waterboard. Nein. Okay, dann weiß ich nicht. Nein. Als ich 14 Jahre alt war, mit meiner Mutter. Es gibt wohl, es gibt wohl keinen Film, den man im pubertären Alter nicht mit seiner Mutter angucken sollte. Also, wie ist das, was ich meine? Weißt du, wie ich Shining das erste Mal gesehen habe? Mit deinem Vater auf der Winterhütte. Nein. Meine, das wäre, wäre, wäre auch eine Option. Aber den hat mir meine Oma damals gezeigt. Als ich bei meiner Oma übernachtet habe, bin ich mit meinen Großeltern bei ihnen im Wohnzimmer gesessen und dann kam der irgendwie nachts um 21, äh, um 23 Uhr oder sowas und meine Oma war noch wach und dann haben wir uns Shining angeguckt und ich war zwölf. Ja, was du, dann kommst du halt mal nach München demnächst. Ich leide hier ein paar Strapse aus und dann gehen wir ins Museum Lichtspiele. Okay, komme ich, bis zum Eingang komme ich mit. Ja, das ist super. Der Saal ist halt sogar, ähm, so, äh, dekoriert wie das, äh, wie das Schloss und so. Das ist echt ein Erlebnis. Ja, siehst du mal, München ist aber eh, glaube ich, so, äh, so ein bisschen Rocky Horror Picture-affin, oder? In Gießen gibt's ja diese Kneipe, die heißt Riff Raff. Ja. Ja, ist eigentlich komisch, gell, weil, äh, München ist jetzt ja, äh, oh Gott, oh Gott. Ja, das Glockenbachviertel ist ja eigentlich so ein, so ein laufend, so eine laufende Rocky Horror Picture Show zumindest. Aber meine Frage an euch, also habt ihr jetzt auch nochmal gesehen, ähm, könntet ihr die Handlung wirklich zusammenfassen, also von Anfang bis Ende, was da wirklich passiert? Oder ist es, geht's euch, geht's euch da so wie mir, sobald ihr halt im Schloss ankommen und Time Warp fängt an, ist es eigentlich scheißegal, was passiert. Weil, da sind halt so Sachen, also, dass dann dieser Riff Raff mit diesem Hausmädchen, äh, eigentlich ganze Zeit gegen Frackenfurter interagiert und das zumindest aus, aus meiner Perspektive so offen tut, dass Frackenfurter echt saudumm ist, dass er sich das nicht bemerkt, ja? Und dann, also, das, ich, ich bin jedes Mal baff, zum einen halt von der Musik, wie gut die ist, aber auch, wie scheißegal dem Film das Narrativ ist. Naja, es gibt ja schon, also, ich mein, ähm, du hast es ja schon schön zusammengefasst, es gibt ja eine Handlung, ähm, aber ich, ich vergesse das auch immer total und ich hab den Film, glaub ich, erst, äh, dreimal sehen müssen, um dann wirklich, äh, zu checken, worum es geht, weil ich bin dann auch immer abgelenkt von diesen, von dieser geilen Performance von Tim Curry und den Songs und so und, äh, auch wo dann Meat Love auf einmal aus der Kühlkamera rausfährt und Motorrad und so. Ja, und ich denke mir die ganze Zeit, ja, und dann ist diese Szene irgendwann vorbei, hat ihn irgendwie, ähm, mit einem Eispickel erschlagen oder was auch immer und ich denke mir die ganze Zeit so, was war das jetzt eigentlich nochmal, wer war der Typ? Ich hab keine Ahnung. Und wo er dann am Schluss oder später dann in diesem, äh, in diesem Tisch eingebaut ist und so, dann denke ich mir so, was war das nochmal für ein Typ? Ich hab keine Ahnung, worum es hier gerade geht, aber wenn man dann im Nachhinein nochmal drüber nachdenkt, macht das, macht das schon alles Sinn? Ja, das Chaos, das Chaos ist Methode in diesem Film, glaube ich. Ich meine, äh, ne, die Handlung ist komplett nebensächlich. Das ist, ich glaube vielleicht ist das der erste, der erste Film, der irgendwie wirklich ein Event sein wollte. Übrigens, was ich auch immer vergesse, ist, dass da die junge Susan Sarandon mitspielt. Mhm. Als Janet. Oder wie ich es hier immer nenne? Dammit, Janet. Ja. Ich bin da auch immer jedes Mal wieder überrascht, weil ich meine, die kennt man ja natürlich, aber, ähm, aus anderen Rollen, würde ich mal behaupten. Ja, wobei sie hat ja dieses, dieses durchaus sehr intensive Lied, äh, Touch me. Auch ein Moment, wenn man 14 ist und das guckt und neben einem auch sitzt die eigene Mutter, ist das sehr unangenehm. Sehr, sehr unangenehm. Äh, ja, ich weiß nicht, von was du redest. Mhm. Da wird mir meine Oma kein Scheinling gezeigt. Ja, hallo Mama. Äh, ich wollte noch irgendwas sagen, wahrscheinlich wieder irgendwas zum Zeitgeist, Zeitgeistologe. Maximilian Rauscher erklärt den Zeitgeist. Ähm, was könnte ich mir über Zeitgeist sagen? Dass er sehr in den Zeitgeist fällt. Und was interessant ist, obwohl er ja jetzt schon wirklich Jahrzehnte alt ist, wirkt er immer noch wesentlich freizügiger und frischer als viele andere Filme. heutzutage. Also, wie offen der Film mit Sexualität umgeht, also Sexualität in alle Richtungen, außer vielleicht mit Tieren und Toten, ja, äh, das, das hat man heutzutage nicht mehr. Also, ich hab... Bei den Toten weiß ich's übrigens nicht. Ja, das nehm ich auch... Ja, das ist ein schmaler Grat. Ja. Aber, äh, ich hab irgendwie das Gefühl, dass, äh, Rocky Horror auch heutzutage halt echt immer noch, ja, subversiv ist. Ja, obwohl kein Kannibalismus stattfindet. Oder doch. Natürlich. Ja, doch. Schon wieder ein Kannibalisten-Film. Ähm, was ich sagen wollte, der Film hat ja damals, glaub ich, auch die, die ganzen Midnight-Movies geprägt, oder? Mhm. Er war einer von diesen Filmen. Von den er... Es war eigentlich der... Eigentlich ist es der bekannteste, oder? Äh, ich hab mal so eine Dokumentation drüber gesehen, über Midnight-Movies. Und, äh, er war auf jeden Fall einer der wichtigsten. Ich weiß nicht, ob es der Startpunkt war. Der und Eraserhead. Ich weiß nicht, ob, ähm, Rocky Horror der Start Midnight-Movie war, aber er ist auf jeden Fall immer noch einer der bekanntesten. Ja, der wurde ja zuerst, ist der irgendwie ziemlich gefloppt und nach einer Woche oder sogar nach einem Wochenende ist der gleich wieder aus den Kinos verschwunden, weil wahrscheinlich alle so ein bisschen überfordert waren. Und dann haben sie ihn ja da über diese Midnight-Movies wieder reingepackt und dann ging's los. Ist ja auch eine gute Entscheidung. Ich glaub, es ist gar nicht so eine blöde Idee gewesen. Für... Manche Filme brauchen halt einfach eine bestimmte Uhrzeit, find ich. Ja. Was mir jetzt erst wieder aufgefallen ist, die ersten Male, wo ich den gesehen hab, hatte ich das gar nicht so auf dem Schirm. Aber, ähm, naja, das ist halt, äh, abgesehen davon, dass es halt so ein Travestie-Show und so ein Rock'n'Roll-Musical ist, diese ganzen, ähm, B-Horror-Movie-Trash, äh, wir hatten ja im letzten Cast, hast du ja auch schon die Hammer-Filme angesprochen, lieber so, gell. Und das hab ich letztens auch erst in so einem Beitrag gesehen, weil ich dann auch mir nochmal zur Vorbereitung ein bisschen recherchiert hab, dass zum Beispiel auch der Drehort und einige, ähm, Props und Requisiten aus diesem Hammer-Sammelsurium sind. Also in diesem Schloss wurde auch Bride of Frankenstein gedreht zum Beispiel und so. Und dass dieser Typ halt, dieser, äh, O'Brien, dass das so eine Hommage sein sollte auch ein bisschen an diese ganzen, ja, sowas wie Plan 9 from Outer Space, das hat man ja auch diesen Vibe da drin. Ja, ich meine, alleine der Anfangssong heißt ja schon Science-Fiction-Doppel-Feature, da wird ja auch gesungen von Fay Wray und King Kong, das merkt man schon sehr deutlich, ja. Ja. Das stimmt. Passiert schon viel, das hatte ich irgendwie anfangs nie so auf dem Schirm. Ja, aber dann sieht man ja doch, dass der Film ist echt auf Event, damals schon, äh, also vielleicht ist es der, der erste, der erste Kontakt, vielleicht hat ja das Nerdtum entwickelt. Irgendwo, keine Ahnung. Das check ich immer noch nicht, also dann schmeißen sie Reis, wenn Reis geschmissen wird und schnalzen die Gummihandschuhe, wenn Gummihandschuhe geschnalzt werden. Es gibt, es gibt sogar, es gibt sogar von Fans so einen regelrechten Katalog, was man wo machen muss. Ja, ja, die kriegst du dann dazu. Mit so einem Ast, der zurückschnalzt, ach, da kommt der Ast, oder so. Das ist wirklich absurd, oder wenn sich dieser, ja, bitte? Bei der Ankunft am Schloss, ja, als Riff Raff die Tür öffnet, ruft nach der Vorstellung durch Brett das Publikum, hey Riff Raff, look between her legs. Worauf Riff Raff antwortet, you're wet. Sehr niveauvoll. Dafür, dass wir ein intellektuelles Format sein wollten. Nee, es ist alles gut. Aber das gehört ja auch zu so einem Kultfilm dazu, dass der halt anfangs einfach so missverstanden und, ja, nicht gewertschätzt wurde. Und dann erst auf dem zweiten Anlauf sein Kult-Following, ja, versammelt hat. Ich muss auch, welcher Film für mich auch eine ähnliche Kerbe schlägt wie Rocky Horror, weil er auch narrativ sich nicht darum kümmert, irgendwas wirklich zu erzählen und auch nur so als Happening verstanden werden möchte, ist für mich Blues Brothers. Da ist es ja auch so ein ... Was ist denn da eigentlich die Rahmenhandlung bei Blues Brothers? Wollen sie dann nicht vom Teufel die Gitarre retten? Oder Waisen, ja, irgendwie sowas. Waisenkinder? Waisenkinder oder ... Ist der Teufel gar nicht dabei, oder? Sie sind ja mal, ja, okay, sie sind im Auftrag des Herrn unterwegs. Wäre ja ganz interessant gewesen, mal so ein Crossover zu sehen, wenn die Blues Brothers bei Riff Raff ans Tor klopfen, ja. Wir wollen, dass du das Theramin spielst. Ja. Ich höre, was zu meiner Wertung kommt. Das fällt wieder in die Rubrik Neuschöpfungen des Telehorst, weil wir hatten ja das letzte Mal schon, wenn Ichabod Crane mit MC Hammerhosen im Midsommerdorf ankommt. Und dieses Mal haben wir, wenn die Blues Brothers am Riff Raff Schloss ankommen, lauter großartige Ideen. Filmschaffende hört uns zu. Ich würde mal zum Fazit kommen aus, ihr habt noch was? Nee, ich habe nur Durst. Okay, gut. Ich gebe keine vier Punkte, keine viereinhalb, noch keine fünf. Es ist einfach so, ich finde die Songs super, das ist so, und der Subversive, deswegen dreieinhalb. Aber ich würde mich auch nicht als Fan des Films bezeichnen. Als Fan der Songs definitiv. Das war's. Ich würde, ja, ich bin ja auch kein Fan des, überhaupt dieses ganzen Varieté-karnevalistischen Aspekts, der da irgendwie dahinter steckt. Und dieses ganze Chaos kann ich auch nur bedingt irgendwie mit nachvollziehen, dass es so beliebt ist. Aber ich sehe da eine ganz große Leistung, die ich anerkenne, ist halt ganz einfach, dass man sich mit so einem Film eine Fangemeinschaft aufgebaut hat. Und da muss ja dann auch was dahinter stecken. Deswegen würde ich persönlich wahrscheinlich irgendwo so zwischen zweieinhalb und drei geben, würde aber dann schon aus dem Aspekt des gesellschaftlichen Diskurses wegen vier Punkte mal verteilen. Ist nämlich ein wichtiger Film. Gesellschaftlicher Diskurs? Du bist ja beim Telehorst, das weißt du schon, oder? Ich glaube, das war, ganz ehrlich, wenn das jetzt irgendjemand hört, die können mich alle zerpflücken. Das ist einfach nur belanglose Scheiße, die ich da von mir gekriegt habe. Aber vier Punkte wegen Wichtigkeit. Punkt. Okay. Andi? Ja, das ist ein guter Punkt. Abgesehen von diesen tollen Songs und diesen grandiosen Performances, fand ich das auch ganz schön. Also ich meine, dass das halt, wie du ja auch schon vorher gesagt hast, du eigentlich immer noch relativ freizügig ist, was ja eigentlich komisch ist. Eigentlich, ja, weiß ich auch nicht, wie man das beschreiben soll. Aber es ist ja schon so, ja, so ein Angriff auf die Prüderie und so. Keine Ahnung, einfach so scheiß drauf, wir machen, was wir wollen und so. Also diese Message finde ich halt eigentlich auch ziemlich cool. Abgesehen von diesem ganzen Fun. Also ich meine, auch jetzt, mir kam jetzt halt erst dieses ganze B-Movie-Persiflage, also nicht mal Persiflage, eher Hommage. Also das fand ich ja großartig. Und dann auch gegen Ende, ich fand, in der Mitte baut der immer ein bisschen kurz für mich ab, weil der feuert halt am Anfang so viel raus. Also da hast du den Time Warp, dann hast du diesen grandiosen Auftritt, dann hast du Meatloaf und dann, finde ich, geht es so ein bisschen runter. Aber gegen Ende finde ich es dann trotzdem schön, wo dann dieses Dream On, nee, Dream On ist von Aerosmith. Nee, don't dream it, be it oder so. Also wo er eigentlich die Message des Films halt nochmal so eintrümmert, das fand ich eigentlich großartig. Und wo dann auch Tim Curry am Schluss halt nicht nur drüber ist, sondern auch so einen emotionalen Moment hat, habe ich dann doch auch ihn noch gerne, gerne gemocht. als ich ihn eh schon mochte. Also ich fand es mal wieder schön. Und wie gesagt, wenn die Kinos wieder aufmachen, es zu, die Einladung steht. Und ja, ich weiß jetzt gar nicht, was ich dem geben soll, aber ich gebe ihm auch vier von fünf. Na, dann haben wir doch heute einen Gewinner, oder? Ach, haben wir den? Ja, Sweeney Todd, oder? Na, warte, du hast doch auch vier gegeben, oder? Ja. Ja, vier, vier, acht. Ich habe drei, fünf. Das sind elf, fünf. Ja, aber Sweeney Todd hat auch elf, fünf. Ja, aber Sweeney Todd ist, das gilt ja nicht. Apropos, apropos. Ich möchte meine Bewertung remitieren. Ich gebe Rocky Horror Picture Show natürlich vier Punkte. Ach komm, Sweeney Todd gilt nicht, wegen Disqualifikation. Apropos, mir ist übrigens noch was aufgefallen. Weißt du, was für ein Film hier disqualifiziert wird? Ich habe ja im letzten Podcast Musical-Verfilmungen genannt. Und Moulin Rouge ist ja keine Musical-Verfilmung, sondern ist ein Musical-Film. Ja. Müssen wir diese Diskussion, die wir echt stundenlang bei Facebook und Chat geführt haben, jetzt wirklich hier noch ein Podcast. Mandy, das Musical, oder was? Ich habe das erst, nachdem ich den Film gesehen habe, rausgefunden, dass das ja keine Adaption ist. Das wusste ich vorher nicht. Habe ich es erst rausgefunden, dann dachte ich mir, wenn ich das jetzt anspreche, dann sucht es der Max noch so einen Scheiß aus. Und dann muss ich noch so viel schauen. Nee, aber was hätten wir dann, dann hätten wir La La Land auch nicht gelten lassen, oder was? Nee, Mamma Mia auch nicht. Doch, Mamma Mia basiert auf dem Musical. Ach, gab es das Musical vorher? Ja, ja, ist das voll. Okay. Ja, und Cats ist ja ... Phantom der Opa hätten wir nehmen können. Oh, fuck, den mochte ich ja. Welchen, der 3-Millionen-Verfilmung? My Fair Lady ... Ja, den mit Jarrah Butler. Okay, Max, du diskreditierst dich hier. Ja, komm, aber das war auch wieder wahrscheinlich die gleiche Zeitspanne wie Moulin Rouge, oder? Den habe ich wahrscheinlich mit 22 gesehen. Hatte noch so Nachwirkungen aus meiner Zeit mit 17. Hast du Drogen genommen, hast du meinst du? Ich habe nie Drogen genommen. Nee, hättest du mal. Schon hättest du mal bestanden. Dann fang halt mal damit an. Okay, gut. Ja, vielleicht müssen ja unsere lieben Zuhörer, also hier, wenn du das hörst, lieber Detz77, du musst halt deine Vorschläge einfach mal ein bisschen früher schicken. Obwohl, du hast dir Moulin Rouge vorgeschlagen. Du hast nicht richtig zugehört, lieber Detz. Also bitte. Ja, aber vielleicht ist es ein bisschen Erbsenzähler, die du ... Ja, okay, das stimmt schon. Wir haben es jetzt ja durchgemacht. Eben. Und das ist jetzt abgehakt und für immer weg. Und wir kommen wieder zu unserem Lieblingspart des Televons. Dann hätte ich doch Kronen der Barbar nehmen können. Was? Kronen der Barbar? Ja. Es gibt auf YouTube ein Kronen der Barbar-Musical, aber okay. Okay. Jetzt weiß ich schon, was ich später noch mache. Oh ja, Leute. Diesen Podcast schneiden. Wollte, also Andi wollte gerade anteasern, dass wir wieder was anteasern. Weil das ja die Lieblingsrubrik ist, die wir haben, nämlich das Ende. Stimmt. Wir wechseln uns ja immer ab, wer die Themen aussuchen darf. Ich bin jetzt wieder dran. Das heißt, wir haben jetzt eine Runde geschafft. Hey. Woo. Und wir hatten ja bei Musical-Verfilmung durchaus einiges zur Auswahl. Mein Thema ist aber da etwas, ja, reduzierter bei der Auswahl. Wir werden nämlich jetzt kein Genre haben, sondern ich lese einfach mal vor. Ein neues Leben, ein neuer Film. Kinofilme, die in der Woche des Jahres in Deutschland gestartet sind, als wir geboren wurden. Alter Schwede. Ja. Hey, wie finde ich denn das raus? Das kann ich euch gleich erklären. Ich habe nämlich bei mir schon in Erfahrung gebracht, welche drei Filme in Frage kommen. Habe ich auch schon für einen dafür entschieden. Okay, warte mal, dann, ich mache das jetzt hier mal live mit Technik. Okay. Wie, wie finde ich das raus? Machen wir uns ein kleines Tutorial. Also für unsere Zuhörer, dass die wieder Vorschläge abgeben können, müssen wir jetzt ja theoretisch unsere Geburtstage offenlegen. Nee, die Geburtslehrer, äh, die Geburtslehrer, die Zuhörer, weil ich, die Zuhörer können ja, können ja selbst mal mitmachen und rausfinden, was sie so an ihrem Geburtstag angeschaut haben. Wie gesagt, genau, wirklich am Geburtstag, also an dem Tag, an dem er mir geboren wurde. Ich bin am 27. April 83 geboren und bei mir ist der Kinostarttermin 29. April 83. Du bist auch viel älter. Dankeschön. Also ich, äh, bei mir, was war es bei dir nochmal? Äh, äh, 27. April 83. Okay, bei mir war es der 6. Januar 86. Okay, bei mir der 4. März 81. Okay, ja, dann begeben wir uns mal auf die Suche. Ja, aber wie? Wie geht das? Es gibt da, es gibt da eine Erfindung, die heißt Google. Okay, Google. Da könnte man ein... www.google.de Also ich habe es so rausgefunden, ich habe einfach geguckt, Kino, die erfolgreichste, die alle Kinostarts des Jahres 83 in Deutschland und habe dann einfach bei den Startdaten geguckt, wo ist das Startdatum, was am nächsten an meinem Geburtstag dran ist. Und das war bei mir der 29. April 83. Okay, alle Kinofilme 1981 nach Kinostart. Also es muss in der Woche sein, nicht am nächsten. Was hast du gerade gesagt mit am nächsten? Das ist ja Bullshit. Oh, jetzt haben wir hier, wir müssen uns ein bisschen mehr unterhalten, weil... Wir könnten auch einfach sagen, wir beenden das jetzt hier und lassen die Spannung aufrecht. Welche Filme es sind? Ich bin an einem Montag geboren, das wusste ich ja gar nicht. Ich bin an einem Aschermittwoch geboren. Naja, okay, dann suche ich eben später, aber... Ich bin Steinbock, öh. Ich habe jetzt erst mein Sternzeichen erfahrt. Öh, ich bin 4,30, oh mein Gott. Was Google alles weiß. Okay, aber Stu, da kommen bei dir dann bloß drei in Frage. Ich habe mir drei gefunden tatsächlich, ja. Okay. Kannst du die mal vorlesen? Nein. Ach komm, was ist nicht so spannend. Ein bisschen Spannung aufbauen, wenn du drei zur Auswahl stellst, wäre schon auch ein bisschen Spannungsförder. Okay, also, es ist einmal der Film D'Anton mit Gerard Depardieu, einmal Creepshow und einmal nur 48 Stunden. Ich habe schon einen Favorit. Okay, jetzt habe ich, ach fuck, was habe ich da? Ich kenne mich nicht aus, wie ich Google funktioniere. Ja, ich glaube, das verschieben wir aufs nächste Mal. Okay. Also Stu, das ist wirklich sehr speziell. Aber es ist schön. Ich werde wahrscheinlich einen Film sehen, den ich vorher vielleicht noch gar nicht gesehen habe. Ich glaube, eins ist sicher, ist die nächste Ausgabe wird voll keine 80er. Das stimmt. Fuck, Karate geht gar nicht 84, gell? Ha, schade. Karate geht 2. Okay, ja, ich bin gespannt. Ich freue mich. Ich mich auch. Es war wieder schön mit euch. Ja. Ich werde mich jetzt verabschieden und dann kann ich euch gerne noch helfen bei der Findung eures Webs. Okay, gut. Das freut mich. Werden wir brauchen. Bitte gebt uns Kommentare auf unsere Affiliate-Links. Ich hasse moderieren. Und was der Max damit sagen wollte, ist, ihr könnt unter anderem bei der Website des Telestammtüchs ja die Filme, die wir hier vorgestellt haben, käuflich erwerben. Also nicht bei uns, sondern bei Amazon. Und wenn ihr da diese Affiliate-Links nehmt und dann zum Beispiel Muna Rouge kauft, weil ihr sagt, meine Güte, die drei Deppen, die haben mir den richtig schönen Punkt gestellt. Ihr will jetzt gucken. Da bekäme der Telestammtüch ein paar Cent da von Amazon. Und unser Chef Andi würde sich dann damit weiter sein Traumhaus finanzieren, weil er hat bislang nur zwei Pools und drei Badezimmer. Und das ist natürlich gerade jetzt in der Zeit sehr schwierig für ihn. Außerdem würden wir uns Kommentare freuen und Likes. Uns ist bewusst, dass das wahrscheinlich nur drei Leute hören werden. Hallo, wir mögen euch. Danke, dass ihr euch das antut. Und kommentiert fleißig und liked fleißig. Wir sind jetzt auch bei fit zu hören. Nein, das habe ich mir nicht ausgesagt. Das gibt es wirklich fit, das sei hiermit erwähnt. Und ich sage Tschüss und dann dürfen die beiden Bayern noch Tschüss sagen. Ich will nicht. Tschüss von Max. Ja, von mir auch auf Wiedersehen. Hat mich sehr gefreut. Vielen Dank euch beiden und vielen Dank und unsere lieben Hörer. Gute Nacht. Gute Nacht. Applaus Gute Nacht. Applaus Gute Nacht. Gute Nacht.